Der Wahl-O-Mat für die Europawahl 2024 ist online und ich klicke mich da wie immer einfach mal nur so durch. Ich möchte mir das erstmal nur ansehen, ich stecke da nicht so tief drin im Thema, im Europäischen. Trotzdem werden natürlich auch ich mir bis zur Wahl noch ein paar Gedanken machen und das sollte jeder von euch auch tun. Macht den Wahl-O-Mat selber, informiert euch selber über europäische Politik und geht wählen, das ist wichtig. Ach ja, nach Möglichkeit bitte nicht ausschließlich über TikTok informieren. Willkommen beim Wahl-O-Mat. Alle 35 Parteien, die zur Wahl antreten, haben die Wahl-O-Mat-Thesen beantwortet. Jetzt sind sie an der Reihe. Vergleichen sie ihre Standpunkte mit den Antworten der Parteien. Der Wahl-O-Mat ist keine Wahlempfehlung, sondern ein Informationsangebot über Wahlen und Politik. These 1 von 38 EU-Steuer Die EU soll eigene Steuern erheben dürfen. These 2 von 38 Verbrennungsmotoren Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sollen auch nach 2035 in der EU neu zugelassen werden können. These 3 von 38 Seenotrettung Die EU soll eine eigene Seenotrettung im Mittelmeer aufbauen. These 4 von 38 EU-Mitgliedschaft der Ukraine Die Ukraine soll Mitglied der EU werden. Ökologische Landwirtschaft Die EU soll vorrangig ökologische Landwirtschaft fördern. Ökologische Landwirtschaft Die EU soll den Mitgliedstaaten empfehlen, außer weiblich und männlich auch die Eintragung einer anderen Geschlechtsidentität im Pass zu ermöglichen. These 8 von 38 Jagd von Wölfen Die Jagd von Wölfen soll in Regionen erlaubt sein, in denen der Bestand dadurch nicht gefährdet ist. These 9 von 38 Photovoltaik für Wohngebäude Beim Bau neuer Wohngebäude in der EU soll die Errichtung von Photovoltaikanlagen verpflichtend sein. These 10 von 38 Außenpolitische Entscheidungen Mehr außenpolitische Entscheidungen der EU sollen mit Mehrheit statt einstimmig getroffen werden. These 11 von 38 Flugzeugtreibstoff Der Flugzeugtreibstoff Kerosin soll für Flüge in der EU steuerfrei sein. These 12 von 38 Europol Die gemeinsame Europäische Polizeibehörde Europol soll weitere Befugnisse erhalten. These 13 von 38 Öffentlich-rechtlicher Rundfunk Die EU soll länderübergreifende, mehrsprachige Angebote des öffentlich-rechtlichen Rundfunks stärker finanziell fördern. These 14 von 38 Verwerfen der Klimaziele Die EU soll das Ziel verwerfen, klimaneutral zu werden. These 15 von 38 Geschlechteranteil auf Wahllisten Bei den Wahlen zum Europäischen Parlament sollen die Parteien weiterhin frei entscheiden können, wie groß der Anteil der Geschlechter auf ihren Listen ist. These 16 von 38 Soziale Grundsicherung Die EU soll Vorgaben für die Höhe der sozialen Grundsicherung in den Mitgliedstaaten machen. These 17 von 38 Desinformation in sozialen Netzwerken Betreiber sozialer Netzwerke sollen frei entscheiden dürfen, wie sie mit Desinformation auf ihren Plattformen umgehen. These 18 von 38 Naturschutzgebiete In der EU sollen mehr Flächen als Naturschutzgebiete ausgewiesen werden. These 19 von 38 Regeln und Werte der EU EU-Fördermittel für Mitgliedstaaten, die Regeln und Werte der EU verletzen, sollen weiterhin zurückgehalten werden. These 20 von 38 Waffen für die Ukraine Die EU soll mehr Waffen für die Ukraine finanzieren. These 21 von 38 Senkung der Fischfangquoten Die zulässige Menge an Fischen, die in EU-Gewässern gefangen werden dürfen, soll gesenkt werden. These 22 von 38 Einfuhrzölle auf Elektroautos Die Einfuhrzölle der EU auf chinesische Elektroautos sollen erhöht werden. These 23 von 38 Schwangerschaftsabbrüche Die EU soll sich dafür einsetzen, dass Schwangerschaftsabbrüche in allen Mitgliedstaaten strafrei möglich sind. These 24 von 38 Dauerhafte Grenzkontrollen Es sollen wieder dauerhafte Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten der EU stattfinden. These 25 von 38 Volksabstimmung bei neuen Mitgliedern Die Aufnahme neuer Staaten in die EU soll in allen Mitgliedstaaten durch Volksabstimmungen bestätigt werden müssen. These 26 von 38 Gentechnisch veränderte Pflanzen Die EU soll den Anbau von weiteren gentechnisch veränderten Pflanzensorten erlauben. These 27 von 38 Gewalt gegen Frauen Geschlechtsspezifische Gewalt gegen Frauen soll europaweit als Asylgrund anerkannt werden. These 28 von 38 Urheberschutz Urheberrechtlich geschützte Werke, zum Beispiel Fotos, Musik, Literatur, sollen in der EU für nicht kommerzielle Zwecke kostenlos verwendet werden dürfen. These 29 von 38 Abbau der Sanktionen gegen Russland Die Sanktionen der EU gegen Russland sollen abgebaut werden. These 30 von 38 Erasmus-Plus-Stipendium Das Erasmus-Plus-Stipendium für Auslandsaufenthalte soll für Studierende, die über weniger finanzielle Mittel verfügen, höher sein. These 31 von 38 Atomkraft Die EU soll Atomkraft weiterhin als nachhaltige Energiequelle einstufen. These 32 von 38 Einwanderung von Fachkräften Die Einwanderung von Fachkräften in die EU soll vereinfacht werden. These 33 von 38 Kritische Infrastruktur Die Beteiligung außer europäischer Investoren an Unternehmen im Bereich kritischer Infrastruktur soll in der EU stärker beschränkt werden. These 34 von 38 Direktwahl Der Präsident bzw. die Präsidentin der Europäischen Kommission soll von den Bürgerinnen und Bürgern direkt gewählt werden. These 35 von 38 Preis für den Ausstoß von CO2 In der EU sollen Unternehmen mehr für den Ausstoß von CO2 zahlen müssen. These 36 von 38 Asylanträge an der EU-Außengrenze Asylbewerberinnen und Bewerber sollen ihren Antrag vor Überschreiten der EU-Außengrenze stellen müssen, und dort auf das Ergebnis warten. These 37 von 38 EU-Rüstungsprojekte Die EU soll weiterhin in gemeinsame europäische Rüstungsprojekte investieren. These 38 von 38 Rolle des EU-Parlaments Das Europäische Parlament soll weiterhin eine zentrale Rolle in der EU spielen. Ihr Match mit allen Parteien in Europa Später können Sie Ihre Positionen, zu den mit einem Stern markierten Thesen, mit den Parteien in anderen EU-Ländern vergleichen. Auswahl der Parteien Mit welchen Parteien möchten Sie Ihre Standpunkte vergleichen? Durch Anklicken der Logos können Sie die Parteien in die Auswahl aufnehmen oder aus dieser entfernen. Die Reihenfolge der Parteien richtet sich nach ihrem Wahlergebnis bei der letzten Europawahl. Parteien, die bei dieser Wahl nicht angetreten waren, erscheinen anschließend in alphabetischer Reihenfolge. Ihr Match mit allen Parteien in Europa, VoteMatch Europe Finden Sie heraus, wie Ihr Ergebnis mit den Parteien in Europa übereinstimmt. Bitte beachten Sie, dass Ihre Antworten an den externen Server unseres Partners VoteMatch.eu, pro demos Niederlande, gesendet werden. Bitte beachten Sie auch die Datenschutzbestimmungen, VoteMatch.eu-Privacy-Policy, vom VoteMatch Europe Ihr Wahl-O-Mat-Ergebnis Sie können Ihr individuelles Wahl-O-Mat-Ergebnis nur sehen, nicht hören. Das Vorlesen Ihres Ergebnisses würde bedeuten, dass wir Ihre Daten an einen Drittanbieter senden müssten. Um Ihre Daten zu schützen, haben wir darauf verzichtet. Hohe Übereinstimmungen Ihrer Antworten mit mehreren Parteien bedeuten nicht zwangsläufig eine inhaltliche Nähe dieser Parteien zueinander. Und damit bin ich auch schon wieder raus. Was ist bei Euch so rausgekommen, hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar unter diesem Video. Gerne auch ein Abo oder ein Like, wenn es Euch gefallen hat. Glocke drücken nicht vergessen, dann werdet Ihr zeitnah über neue Videos informiert. Und zwar über alle, hoffentlich. Vielen Dank fürs Zuschauen, schönen Abend noch, bis zum nächsten Mal und Tschüss. Bis zum nächsten Mal.